Guten Abend Ihnen allen und herzlich willkommen zu dem heutigen Vortrag. Heute Abend geht es um das Thema Abnehmen. Und das ist etwas, was für viele Leute ein ziemliches Problem heute geworden ist. In Australien ist es so, 63 Prozent der Bevölkerung sind übergewichtig oder fettleibig. Und ich glaube so rund um die Welt, die meisten entwickelten Länder heute, da ist es sehr ähnlich. Es gibt auch noch ein weiteres Problem, das entstanden ist, das ist Mangelernährung B. Mangelernährung A, das trifft man in dritte Welt, in unterentwickelten Ländern an, wo es einfach nicht genug Nahrung gibt. Mangelernährung B findet sich in Ländern unter einer Bevölkerung, wo es eine Hülle und Fülle von Nahrung gibt. Und das bedeutet, diese Menschen haben eigentlich alles zur Verfügung, sie haben ausreichend Nahrung und trotzdem bekommen sie nicht genug Nährstoffe. Sie essen eigentlich ausreichend Nahrung, aber diese Nahrung enthält nicht mehr genug. Der Körper erhält einfach nicht mehr die Nährstoffe, die er braucht, um ordentlich zu funktionieren. Und oft ist es so, dass die Leute, die an dieser Mangelernährung leiden, übergewichtig sind. Wir wollen uns also heute anschauen, wie wir uns eigentlich ernähren. Noch nie in der Menschheitsgeschichte haben Menschen so viele Kohlenhydrate zu sich genommen wie heute. Schauen wir uns also die Kohlenhydrate mal genauer an, die man heute zu sich nimmt. Beginnen wir mit dem Frühstück. Die meisten Leute heutzutage haben Cerealien, Müsli zum Frühstück. Oder Brot. Und weil so ein Brot oder etwas Müsli nicht sehr lange anhält, dann ist der Vormittag noch nicht um, da greifen sie schon nach Kuchen oder Keksen. Ich habe hier mal Kuchen angeschrieben, aber da sind auch die Croissants mit drin und die Muffins und so weiter, alles mögliche Gebäck. Dann geht's zum Mittagessen, was gibt es? Pizza, Pasta, Nudeln. Und natürlich das Brot darf nicht fehlen. Oder es gibt Reis, Kartoffeln. Und natürlich viele Nahrungsmittel heute enthalten raffinierten Zucker. Und ich denke auch nicht, dass jetzt jemand sich vorgenommen hat, ich will mich genauso ernähren, sondern es ist einfach recht bequem. All diese Produkte werden im Verdauungstrakt aufgespalten zur Glucose. Diese Glucose kommt jetzt in die Zelle hinein. In der Zelle wird sie dann umgebaut in einem Prozess, der hat 20 Schritte. Und danach entstehen zwei Einheiten Energie. Nach 20 Schritten entsteht eine chemische Form von Glucose, die heißt Pyruvat. Dann wird ein weiterer Umwandlungspfad angestoßen, der ist acht Schritte lang und er liefert 36 Einheiten Energie. Das ist der erste Ort, wo die Glucose hingelangt, das ist die Zelle. Und dort wird sie eben durch diese Energiepfade, durch diese Pfade geschleust und erzeugt Energie. Der acht Schritte Weg wird aerobisch genannt, weil er mit Sauerstoff funktioniert. Und der 20 Schritte Weg ist anaerobisch und das heißt, er funktioniert ohne Sauerstoff. Aber die Zelle kann natürlich auch nur begrenzt in diesen Energiezyklen Glucose verarbeiten. Und das, was zu viel ist, wird gespeichert als Glykogen. Das sind also Glukosespeicher, die sehr schnell Zucker freisetzen können. Das sind also so kleine Speicher von Glukose, besonders findet man die in Muskelzellen und auf Beibedarf werden sie freigesetzt. Diese Glykogenspeicher sind sozusagen die erste Energiereserve, wenn wir mehr Energie brauchen. Besonders wenn wir stark anfangen uns zu bewegen, sportliche Betätigung, wir brauchen mehr Brennstoff. Dann greift sich der Körper eben diese kleinen Glukosespeicher und sie werden durch diese Energiepfade dann verbrannt. Aber wenn man viele Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann hat man immer noch Glukose übrig. Und alles, was darüber hinaus geht, von der Glukose wird dann als Fett gespeichert. Das heißt, wer viele Kohlenhydrate isst, die Menschen nehmen dann einfach langsam immer mehr zu. Ich habe hier einfach mal die wissenschaftlich angezeichnet, was da im Grunde abläuft. Und schon anhand dieser Darstellung können Sie erkennen, dass Fett nicht Fett macht. Sondern es sind die vielen Kohlenhydrate, die man zu sich nimmt in der Nahrung und der Körper kann das nicht alles verwerten sofort und es wird abgespeichert als Fettzelle. Also wenn wir zu Hause sind auf einer Farm, auf einem Bauernhof und wir möchten etwas davon selber herstellen, von diesen Produkten, das dauert alles relativ lange. Also auf einem Bauernhof, wenn man da schnell mal was essen muss, dann greift man eigentlich nach dem Apfel. Und nach dem Kohl und nach der Tomate. Und ich würde mal sagen, dass die Natur uns da eine Botschaft mitgibt, nämlich dass wir doch viel Obst und Gemüse essen sollten und weniger von diesem komplexen Nahrungsmittel. Aber weil heute viele Leute in der Stadt leben, hat sich die Vorstellung stark verändert davon, was man mal schnell essen kann und was länger dauert. Und deswegen habe ich vorher gesagt, ich glaube, niemand hat sich bewusst dafür entschieden, ich möchte mich jetzt so ernähren. Es hat sich einfach so entwickelt, es ist bequem und es geht schnell. Aber als ich doch mehr auf dem Land, in der Natur gelebt habe, habe ich gemerkt, diese Nahrungsmittel, das braucht Zeit, die herzustellen. Aber da ist noch etwas anderes in die Gleichung hineingekommen. Die meisten dieser Nahrungsmittel bestehen aus einem bestimmten Getreide, nämlich Weizen. Also die meisten Frühstücks, Cerealien, Brot, Kuchen, Nudeln, Pizza und so weiter, meistens ist da Weizen drin. In den 1950er Jahren sind Änderungen am Weizen vorgenommen worden. In dem Buch Weizenwamper heißt es auf Deutsch von Dr. William Davis, da erzählt er, wie der Weizen verändert worden ist. Man hat da intensive Kreuzungen vorgenommen, um eine Pflanze zu erzeugen, die einen sehr hohen Ertrag bringt. Der Grund dafür war, dass sie etwas gegen den Hunger unternehmen wollten, in Afrika, Indien, Mexiko. Zuerst war es so, dass die neuen Weizensorten einfach abgeknickt sind, weil der Ertrag zu schwer war. Sie konnten das nicht halten. Als ich ein kleines Mädchen war, da ist der Weizen so hochgewachsen. Heutzutage ist er nur noch so hoch. Man musste das so züchten, dass der Hallen nur kurz ist und sehr dick, damit das Gewicht von den Ähren gehalten werden kann. Diese neuen Züchtungen, die wurden einfach hindurchgejagt durch die Entwicklung und man hat aber keine Sicherheitsstudien gemacht. Sie haben sich gedacht, Weizen ist doch harmlos, da müssen wir doch nicht auf Sicherheit achten, auf Verträglichkeit. 1976 hat Dr. Norman Boulay für diesen gezüchteten Weizen den Nobelpreis bekommen. Und dann hat er sich weltweit verbreitet. Und dann seit den 1990er Jahren alles, was wir so an Brot normalerweise bekommen, Nudeln, Teigwaren, Kuchen, das ist dieser hochgezüchtete Weizen. Und erst in jüngster Vergangenheit ist uns bewusst geworden, was für Probleme wir eigentlich damit uns eingehandelt haben. Eines dieser Probleme ist, dass dieser Weizen ein sehr komplexes Protein oder eine Glutenstruktur besitzt. Und die ist sehr schwer verdaulich und deswegen haben so viele Menschen heute eine Glutenunverträglichkeit. Ich habe eine Freundin, sie ist Ärztin und sie ist jetzt gerade mit 78 Jahren in den Ruhestand gegangen. Sie sagte vor 40 Jahren, Glutenunverträglichkeit, das gab es gar nicht. Vor 20 Jahren, naja, da kam so langsam auf. Aber heute ist es sehr verbreitet. Und vielleicht ist Ihnen aufgefallen, ist genau derselbe Zeitverlauf, als dieser hochgezüchtete Weizen eingeführt wurde. Aber was hat das jetzt zu tun mit Gewichtszunahme? Dieser Weizen, da gab es noch eine neue Struktur, die verändert worden ist, und zwar die Stärke. Und diese Stärkestruktur in diesem Hybridweizen sorgt dafür, dass der Blutzucker sehr schnell sehr hoch springt. Das hat für eine ganze Reihe Probleme gesorgt. Eines ist, dass es ein wichtiger Faktor ist bei der Entstehung von Diabetes. Aber der andere ist natürlich, dass die Menschen zunehmen und fettleibig werden. In seinem Buch zeigt Dr. William Davis, wenn der Blutzuckerspiegel steil, schnell hoch geht, dass diese Glukose sehr schnell gespeichert werden muss, und das geschieht dann in Form von Fett. In seinem Buch benutzt er dieses Wort Weizenwampe fast auf jeder Seite. Und wenn man sich mal so umschaut, na, es gibt nicht mehr so viele schlanke Hüften. Und der Grund dafür ist nicht nur diese veränderte Weizenart, sondern der Grund ist auch, dass man einfach zu viel vom Weizen konsumiert. Ich esse selbst auch Weizen, aber das ist nur ab und zu in der Woche. Wenn ich aber abnehmen wollte, würde ich ganz darauf verzichten. Denn es neigt eben dazu, dass der Blutzuckerspiegel sehr hoch und sehr schnell ansteigt. Und dann muss dieser Zucker ganz schnell irgendwie abgebaut, versorgt werden, und das geschieht normalerweise als Bauchfett. Das ist also ein weiterer Faktor, wenn man die Frage stellt, warum sind so viele Leute heute übergewichtig. Nicht nur, dass man im Durchschnitt zu viel Kohlenhydrate zu sich nimmt, sondern auch, dass man eben einen ganz bestimmten Typ Kohlenhydrate zu sich nimmt, in der Regel der Weizen. Wie ich auch gestern Abend schon erwähnte, Dinkel ist kein Problem. Denn der ist nicht hochgezüchtet worden. Und wenn man das noch mit Sauerteig ansetzt und backt, ist es noch leichter verdaulich. Und ich war ganz glücklich, als mein Mann und ich vorgestern Abend im Sheraton Hotel in Frankfurt waren. Und wir sind dann am Morgen hochgegangen zum Frühstück ins Restaurant. Und es gab Sauerteigbrot aus Dinkel. Und wenn ich es mir aussuchen kann, dann nehme ich immer das. Aber den meisten Menschen ist nicht klar der Unterschied heutzutage zwischen dem Weizen und dem Dinkel. Eine andere Sache heute ist die Zeit, die Esszeiten von den Menschen. Und da würde ich gerne mal hier zu diesen Gesundheitsgesetzen übergehen. Und das sind mit Sicherheit die wahren Heilmittel. Wir haben uns jetzt gerade hier mit dem Heilmittel Nahrung beschäftigt und wir werden das gleich noch vertiefen. Aber schauen wir uns kurz das dritte Gesetz an, das ist die Mäßigkeit. Und Mäßigkeit bedeutet, dass die schädlichen Dinge man ganz weglässt und die guten Dinge benutzt man in Maßen. Traditionell war es so, bevor es noch elektrisches Licht gab, da wurde die zweite oder letzte Mahlzeit am Tag immer so am Nachmittag zu sich genommen. Und das ist auch eine sehr vernünftige Zeit zum Essen. Denn wenn man eine große Mahlzeit am Ende des Tages zu sich nimmt, das macht eigentlich keinen Sinn. Also, Mäßigkeit bedeutet, die guten Sachen zu sich nehmen, aber in Maßen. Und das hat was zu tun mit Mäßigkeit im Essen. Und wie das alte Sprichwort sagt, man sollte frühstücken wie ein Kaiser, Mittag wie ein König, aber abends wie ein Bettler essen. Aber heutzutage, alle Leute sind so beschäftigt und so in Hektik, dass sie das Frühstück meistens auslassen, vielleicht sogar das Mittagessen und dann am Abend wird richtig gespeist. Aber das macht ja nicht viel Sinn, wenn man fast am Ende der Reise ist, am Ende des Tages und dann viel Proviant zu sich nimmt. Aber wenn wir früh essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler, dann ist keine Nahrung mehr im Magen, wenn wir uns ins Bett legen. Wenn wir zu Bett gehen und der Magen ist voll, dann hat der Körper keine Wahl, er muss es speichern. Denn wir machen ja nichts, wir liegen ja nur im Bett. Wir tun nichts, wir brauchen jetzt diesen Brennstoff nicht. Eine sehr populäre Art, beliebte Art heute zu essen, ist, sich auf bestimmte Zeiten zu beschränken. Also man nennt es auch Intervallfasten und das bedeutet, man isst nur zweimal am Tag und es ist sechs Stunden auseinander und dann hat man eine 16-stündige Fasten- oder 18-stündige Fastenzeit. Und man hat gemerkt, dass das sehr effektiv ist, um Gewicht zu verlieren. Und deswegen sind die Essenszeiten wichtig. Schauen wir uns nochmal die Ernährung an. Es gibt drei essentielle Nahrungsgruppen. Das sind Ballaststoffe. Diese Faserstoffe, die sind deswegen wichtig, weil sie Glucose nur sehr langsam abgeben. Faserstoffe befinden sich besonders im Obsten und Gemüse und da kriegen wir auch unsere Mineralien her. Die Faserstoffe sorgen auch dafür, dass unser Verdauungstrakt sauber gehalten wird, dass er gut funktioniert. Eine weitere essentielle Nahrungsgruppe sind die Proteine. Etwa 50% der Membran um jede einzelne Körperzelle besteht aus Proteinen. Und auch neue Zellen werden aus Proteinen aufgebaut. Proteine sind die Bausteine des menschlichen Körpers. Ohne Proteine würden wir nicht funktionieren und es könnte auch nichts heilen. Und die besten Proteine sind Pflanzenproteine. Wir haben Hülsenfrüchte und Nüsse und Samen. Das sind hervorragende Proteinquellen. Die dritte essentielle Nahrungsmittelgruppe ist Fett. Und leider, weil der Mythos existiert, Fett würde zur Herzerkrankung führen, haben viele die Fette zur Seite gelegt. Es gibt tatsächlich eine Sorte Fett, die trägt zu Herzleiden bei. Und das sind die veränderten Fette. Die haben nicht mehr den Originalzustand. Vor etwa 100 Jahren noch vor der Industriellen Revolution, da waren die gebräuchlichen Fette entweder Olivenöl oder Kokosöl oder Butter. Und wissen Sie was? Damals gab es kaum Herzerkrankungen. Aber als die mit der Industriellen Revolution hat man begonnen, auch aus harten Samen Öl zu extrahieren. Und um das Öl herauszuziehen, hat man Chemikalien und hohe Temperaturen gebraucht. Aber die Hitze beschädigt die Struktur der Öle, der Fette. Und wenn diese beschädigten Öle in den Körper gelangen, dann weiß der Körper damit oft nicht viel anzufangen und wenn es sehr toxisch ist, wird es in Fett abgespeichert. Während die natürlichen Öle vom Körper erkannt werden und auch vom Körper gebraucht werden, benutzt werden. Die anderen 50 Prozent jeder Zellmembran besteht aus Fett. Außer die Gehirnzellen. Die bestehen zu 70 Prozent aus Fett. Fett ist ein essentielles Nahrungsmittel, das bedeutet, ohne das könnten wir nicht überleben. Also, Mäßigkeit bedeutet, alles Gute in Maßen. Aber ich kenne niemanden, der eine Tasse Öl trinken kann, oder? Also, schon vom Geschmack merken wir, dass es ein sehr konzentriertes Nahrungsmittel ist. Wir brauchen nur wenig davon. Und Butter ist keine gute Alternative heute mehr, einfach wegen des Gesundheitszustandes der Tiere. 80 Prozent der Antibiotika, die hergestellt werden, gehen in die Tierproduktion. Letzte Woche war ich in Irland, habe dort mit einem Mann gesprochen. Er ist Anfang 80, aber in den 1960er Jahren war er ein Milchbauer. Er hat gesagt, ich kann nicht glauben, die Antibiotika, die wir den Tieren verabreicht haben. Und ich habe gefragt, warum? Er hat gesagt, wir haben sie nur einmal täglich gemolken, und wenn es zur Melkzeit kam, dann waren die Euter so prall. Das hätte man verhindern können, hätte man sie einfach zweimal gemolken. Zweimal am Tag, aber er sagte, ja, das wäre zu teuer gewesen. Und er hat gesagt, weil da so viel Gewicht dann auf die Hufe kam, fingen die an zu splittern. Und dadurch kamen dann Infektionen rein. Und deswegen hat man den Tieren so viel Antibiotika verabreicht. Ich glaube hautzutage, dass einfach tierische Nahrungsmittel nicht mehr sicher sind. Ich glaube, dass es uns viel besser tut, wenn wir zu der ursprünglichen von Gott geplanten pflanzlichen Ernährung zurückkehren. Aber das Problem bei der pflanzlichen Ernährung ist, wenn wir zu viele Kohlenhydrate zu uns nehmen, und zwar besonders diejenigen, die mit Weizen hergestellt werden. Die nicht essentiellen Nahrungsmittel sind eigentlich die Gruppe der Kohlenhydrate. Nun, Kohlenhydrate sind an sich nicht schlecht. Mein Mann würde es mir nie vergeben, würde es keine Kartoffeln mehr geben. Also, Kartoffeln sind nicht schlecht. Und ich weiß, die Deutschen lieben auch die Kartoffeln. Reis ist nichts Schlechtes, und ich weiß, die Asiaten lieben ihren Reis. Und ich liebe dieses wunderbare deutsche Sauerteig-Dinkel-Roggenbrot, und das ist nichts Schlechtes. Das Problem entsteht, wenn die Kohlenhydrate aufgenommen und raffiniert sind. Und ich glaube, Sie können jetzt hier anhand der Darstellung auch erkennen, dass die Kohlenhydrate ein großes Problem sind für das Übergewicht heutzutage. Und wenn Leute zu viel Kohlenhydrate zu sich nehmen, dann sind sie unmäßig sozusagen bei den nicht essentiellen Nahrungsmitteln, und dann fehlen ihnen natürlich essentielle Nahrungsmittel. Einer der leichtesten Wege abzunehmen ist, dass wir drastisch die Kohlenhydrate runterfahren und dafür umso mehr Faserstoffe, Eiweiß und Fett aufnehmen. Und einer der Gründe, warum wir die Mangelernährung B heute erleben, ist, dass die Leute zu viel der non-essentiellen Nahrungsmittel zu sich nehmen und dann fehlen in die essentiellen. Es gibt noch ein anderes Problem. Und das hat mit Hormonen zu tun. Dieses Hormonproblem begann eigentlich mit dem Einsatz der Antibabypille. Sie wurde 1957 eingeführt. Die 1960er Jahre hat man ja die sexuelle Revolution genannt. Die Frauen wollten gerne in der Lage sein, Sex zu haben, ohne dass sie schwanger werden. Aber um diese Zeit begannen dann auch die Gewichtsprobleme. Können Sie sehen, dass also eine Reihe von Faktoren da reinspielen? Dann in den 1980ern und 90ern hat sich also dieser Hybridweizen überall verbreitet. Das Leben ist schnell und die Leute wollen schnelle Nahrung haben. Und dann wurden eben auch die Verhütungsmittel eingeführt, die Pille. Und diese Pille sorgte für einen Anstieg des Östrogen-Hormons. Östrogen bewirkt im Körper ein vermehrtes Zellwachstum. Und als ein Zellproliferator hat es massives Zellwachstum das heißt, dass ganz viele neue Zellen entstehen. Also die Antibabypille sorgt also für ein massives Zellwachstum, und das spielt eine Rolle, es trägt bei, besonders bei Frauen, dazu, dass man zunimmt. Aber die Frauen, die zuerst die Antibabypille genommen haben, sind jetzt in ihren 60ern. Und wir stellen fest, dass viele Frauen in dieser Altersgruppe 50er, 60er, 70 Jahre etwa mit Gewichtprobleme haben. Und dann sagt man mir, aber das war doch vor 30 Jahren. Ja, vor 30 Jahren haben sie die Hormone nicht weiter benutzt, aber das Ungleichgewicht macht ihnen immer noch zu schaffen. Und leider ist dieses Hormonungleichgewicht auch vererbbar, das heißt, die Kinder haben was davon mitbekommen. Und fast alle Frauen, die ich treffe, haben Probleme mit dem hormonellen Gleichgewicht. Das ist also ein weiterer Faktor. Wir haben auch Wachstumshormone, die eben dem Vieh und dem Geflügel gegeben wird, auch das kommt natürlich da rein. Oder auch Roundup, Glyphosat, dieses Pestizid, womit viele Sachen heutzutage gespritzt werden. Und wir nehmen das mit der Nahrung auf und es wirkt so ähnlich wie Östrogen. Und also die Fabriken, die in einem chemischen Laborativen haben, auch Textilien, die chemisch im Labor hergestellt worden sind. Und so diese drei Fabriken sind Polyester, Nylon und Acryl. Und wenn man diese drei Textilien, wenn man die auf der Haut trägt, das wird aufgenommen und kann eine Östrogenwirkung haben auf den Körper. Nun, das ist wahrscheinlich keine dramatische Wirkung, es ist eher gering, aber wenn man das Tag für Tag trägt und Jahr um Jahr, dann trägt es am Ende doch dazu bei, dass diese Östrogenwirkung verstärkt wird. Sie können also sehen, dass viele Aspekte dort hineinspielen. Gehen wir hier mal zu unseren acht Gesundheitsgesetzen. Es ist sehr wichtig, dass wir immer durch die Nase atmen, denn so gelangt mehr Sauerstoff auf die Zellebene und das bedeutet mehr Energie. Es ist wichtig, dass wir jeden Tag in die Sonne gehen, damit wir Vitamin D bekommen. Es ist wichtig, dass wir darauf achten, nichts in unseren Körper hineinzunehmen, was schädlich ist. Deswegen sollten wir eben die Antibabypille und auch die Chemikalien, die sich wie ein Östrogen auswirken auf den Körper, die sollten wir weglassen. Wenn jemand wirklich abnehmen möchte, sollte er die Kohlenhydrate lassen, auch den raffinierten Zucker. Denn sie werden im Allgemeinen als Fett abgespeichert. Also Mäßigkeit heißt, alles Schädliche weglassen und das Gute in Maßen. Es gibt drei Nahrungsmittel, die dafür sorgen, dass die Nahrung länger im Magen bleibt. Nämlich Faserstoffe, Proteine und Fett. Faserstoffe, Proteine und Fett sorgen dafür, dass man so ein Sättigungsgefühl hat, zufrieden ist. Und das macht es dann leicht, dass man zwischen den Mahlzeiten fünf bis sechs Stunden haben kann. Ein Problem bei dieser stark kohlenhydrathaltigen Ernährung ist, dass das Sättigungsgefühl oft nicht erlebt wird. Und dann neigt man dazu, dass man immer wieder weiter isst oder zwischendurch was zu sich nimmt, knabbert. Und obwohl es noch Essen gibt im Körper, der Gehirn gibt es Hunger, Hungerfehlungen, weil es keine Nahrung gibt im Körper. Es ist zwar noch Nahrung im Magen, aber das Gehirn gibt schon wieder das Signal, ich habe Hunger, ich brauche etwas, weil da zu wenig Nährstoffe drin sind. Das Gehirn sagt im Grunde, da ist ja was drin, aber damit kann ich nichts anfangen, also ich brauche mehr Nahrung. Aber diese drei essentiellen Nahrungsgruppen, nämlich Faserstoffe, Proteine und Fett. Wenn man sie zu sich nimmt, dann ist der Körper und auch das Gehirn zufrieden und satt. Und es ist ganz wichtig, wenn man abnehmen möchte, dass man Hunger vermeidet. Und deswegen, wenn man zum Frühstück isst wie ein Kaiser und eine zweite Mahlzeit wie ein König, dann bekommt man abends wahrscheinlich keinen Appetit. Und früh ins Bett gehen. Denn wenn man spät ins Bett geht, bekommt man wieder Hunger. Früh ins Bett gehen und gestatten Sie Ihrem Magen, dass er sich nachts auch ausruhen darf. Und wenn der Magen diese Nachtruhe bekommt und auch zwischen den Mahlzeiten der Ruhe, Erholungspause, dann wird er besser funktionieren. Und wenn vor der nächsten Mahlzeit unser Magen sich ausruhen kann, dann werden wir mehr aus der Nahrung herausziehen können, weil er das besser verwertet. Eine ganz effektive Methode, Gewicht zu verlieren, ist Bewegung. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie das vor sich geht. Die effektivste Art der Bewegung ist das hochintensive Intervalltraining. Und da gibt es einen Intervall der hohen Intensität, wo man sehr aktiv ist und dann eine Erholungsphase. Und das tut man mehrmals hintereinander. Die Hochintensitätsphase, das ist etwa 30 Sekunden. Dann hat man etwa 90 Sekunden Erholungszeit. Und das macht man sechsmal hintereinander. Also wenn man das zusammenzählt, dann kommt man etwa auf 15 Minuten täglich. Hochintensive Bewegung bedeutet, dass man Fahrrad fährt oder läuft und zwar so schnell man nur kann. Man kann auch joggen auf dem Trampolin oder man macht 30 Liegestützen. Also jede Bewegungsart, die die Herztätigkeit hoch treibt und wo man tief zu atmen beginnt. Und achten wir bitte darauf, wenn wir auch für das hochintensive Training machen, dass wir nur durch unsere Nase ein- und ausatmen. Denn die Nase reinigt die Luft und befeuchtet sie und erwärmt sie. Sie sorgt für das richtige Verhältnis der Gase in der Luft oder im Blut, sodass man 18 Mal mehr Sauerstoff aufnehmen kann. Vielleicht finden Sie das am Anfang schwer beim Sport, durch die Nase zu atmen, aber man kann das trainieren. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, welche wichtige Rolle das bei der Gewichtsabnahme spielt. Wenn wir den ersten Durchgang machen der hochintensiven Bewegung, dann beginnt hier dieser 20-Schritte-Pfad, der geschieht übrigens sehr schnell. Und der 8-Schritte-Pfad, der ist sehr viel langsamer, aber beide Pfade werden beschleunigt durch die Tätigkeit. Aber weil eben der 20-Schritte-Pfad ist sehr viel schneller, mehr Pyruvate ist being made than can be fed into the 8-Schritte-Pfad Aber weil eben der 20-Schritte-Pfad sehr viel schneller ist, entsteht mehr Pyruvat als die Zelle in dem 8-Schritte-Pfad verarbeiten kann. Was der Körper macht, dieses Pyruvat wird gespeichert als Milchsäure. Und in der Erholungszeit dann kann die Leber die Milchsäure zurückverwandeln in Pyruvat. Und dieses Pyruvat kann dann wieder in den 8-Schritte-Pfad eingespeist werden. Das heißt, die Milchsäure wird in dieser Erholungsphase wieder abgebaut. Und das bedeutet, wir verbrennen in dieser Erholungsphase genauso viel Brennstoff als wären wir in der Hochintensivphase. Und das ist sehr gut. Was machen wir in der Erholungsphase? In der Erholungsphase, wenn Sie zum Beispiel auf einem Heimtrainer sind und treten, dann machen Sie es sehr langsam. Und wenn Sie auf dem Trampolin sind, dann wippen Sie nur so ganz leicht. Michael und ich, wir laufen den Hügel hoch, Hochintensivphase, und dann in der Erholungsphase gehen wir langsam wieder runter. Wenn wir den dritten Zyklus der Hochintensität haben, dann sind diese Glykogenspeicher alle geleert worden. Und jetzt kein Brennstoff mehr. dann regt das Gehirn die Hypophyse an, dass ein Wachstumshormon ausgeschüttet wird. Dieses Wachstumshormon spielt eine ganz große Rolle, wenn Kinder im Wachstum sich befinden. Aber wenn wir dann erwachsen sind, dann geht sozusagen dieses Erwachstumshormon in den Ruhestand. Was macht dieses Wachstumshormon? Es aktiviert Hormonsensitive Lipase. Hormonsensitive Lipase ist ein Enzyme, das Fettspeicher abbaut. Das heißt, dieses Wachstumshormon macht eine Umschaltung. Es wird nicht mehr Glucose verbrannt, sondern Fett. Und sehen Sie, jetzt werden die Fettspeicher angegangen. Diese Glykogenspeicher, das ist wie die Schränke, die Speicher, die Vorratsbehälter in unserem Küchenschrank. Die Fettspeicher, die kann man vergleichen mit unserer Speicherkammer im Keller. Und eine der Gründe, warum der Körper jetzt anfängt, Fett zu verbrennen, ist, dass Glucose etwa vier Kalorien liefert pro Gramm. Aber Fett liefert neun Kalorien pro Gramm. In vielen Büchern, wie man abnimmt, wird das als Begründung genannt, warum wir kein Fett essen sollten, wenn wir abnehmen wollen. Aber sie verstehen nicht, was eine Kalorie ist. Eine Kalorie ist eine Einheit für Energie. Und wenn wir eine hoch energiereiche Nahrung zu uns nehmen wollen, was essen wir dann? Fett. Und das ist der Grund, dass, wenn wir um unser Leben rennen und dann wird das Wachstumshormon ausgeschüttet, dann schaltet der Körper um auf Fettverbrennung, weil er dadurch mehr als doppelt so viel Energie freisetzen kann. Das Wachstumshormon vergrößert auch die Fähigkeit des Körpers, Protein zu nutzen. Wir haben schon betrachtet, wie wichtig ist es, dass wir ausreichend Proteine zu uns nehmen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Rolle dieses Hochintensiv-Training spielt, dass der Körper das Protein auch gut verwerten kann. Das Wachstumshormon verbessert auch die Durchblutung der Haut. Und wenn mehr Blut in die Haut gelangt, dann werden auch die Extremitäten besser durchblutet und mit Nahrung versorgt. Und das ist auch eine gute Hilfe, nicht so schnell zu altern. Denn es werden dadurch ja auch Nährstoffe in die Haut transportiert. Nun, die Filmstars, die zahlen 1000 Dollar die Woche für das Wachstumshormon. Denn sie brauchen es beruflich, dass sie toll aussehen. Sie bekommen es bei mir viel, viel billiger. Alles, was sie tun müssen, ist 15 Minuten Hochintensiv-Training täglich. Das wird das Wachstumshormon ausschütten und das bleibt dann 24 Stunden lang aktiv. Und sie werden feststellen, alles, was wir brauchen, befindet sich bereits in unserem Körper. Wir müssen einfach nur verstehen, wie wir da rankommen können, wie wir das nutzen können. Das ist die beste Versicherung, die Sie abschließen können. Jeden Morgen dieses Hochintensiv-Intervall-Training. Am Morgen ist es am besten, weil Sie dann den ganzen Tag über davon Nutzen haben. Wir haben uns die wichtige Rolle von Ernährung angesehen. Jetzt betrachten wir einmal kurz das Wasser. Unterhalb unseres Halses besteht unser Körper zu 75 Prozent aus Wasser. Und oberhalb des Halses sind es 85 Prozent Wasser. Wir haben auch keinen Reservewassertank auf dem Rücken, sondern der Körper hat nur das Wasser, was wir aufnehmen. Oft ist es, wenn wir zwischen den Mahlzeiten Hunger verspüren, dass wir eigentlich Wasser bräuchten. Und das ist ein weiteres Problem, das zu Gewichtszunahme führt. Und viele Leute bekommen dieses Hungergefühl und dann greifen sie nach etwas zu essen, statt dass sie etwas trinken. Das Wasser sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel konstant gehalten wird zwischen den Mahlzeiten. Es sorgt auch dafür, dass wir unsere Nahrung bestmöglich verwerten. Damit es am besten verwertet ist, sollten wir das Wasser bis zu einer halben Stunde vor den Mahlzeiten trinken und dann etwa anderthalb Stunden erst nach der Mahlzeit wieder trinken. Täglich sollten wir etwa acht Bläser Wasser zu uns nehmen. Wenn man draußen in der heißen Sonne arbeitet, ist sicher etwas mehr. Und je mehr wir durchschwitzen, verlieren, desto mehr müssen wir auf Wasser zuführen. Und Schweiß ist auch salzig, das bedeutet, wir müssen auch die Salze wieder zu uns nehmen. Und dieses von Hand hergestellte keltische Salz enthält am meisten Mineralien von allen. Es ist handgeerntet, es kommt aus Großbritannien und und Frankreich. Und diese Hand-Ernte, die geschieht nach einer alten keltischen Tradition. Und Franz recognizes its value and it's made the whole site a heritage site. What site? Where they harvest the salt. Aha. In Brittany. Und das in France? Ja. Und in Frankreich, da hat man also den Ort, wo das traditionellerweise produziert worden ist, das hat man zu einer Gedenkstätte gemacht, weil sie gesehen haben, wie wertvoll dieses Produkt ist. Und das ist viereinhalb Millionen ja, Acres groß. Das ist das beste Salz und wir brauchen Salz. Es ist wirklich das beste Salz und wir brauchen unbedingt Salz. Also zwischen den Mahlzeiten vor jedem Glas Wasser nehmen sie ein bisschen keltisches Salz zu sich, vielleicht so groß wie ein Sesamkörnchen. Und das bringt uns zu dem letzten Punkt und das bedeutet Vertrauen in Gottes Kraft. Und hier geht es um Dinge wie Stress und Sorgen und welche Rolle das spielt bei Gewichtszunahme. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 5,18 Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Habt euch liebt, liebt, wer ihr seid, was ihr seid und liebt auch wie groß oder welches Gewicht ihr gerade habt. Und ich glaube, wenn wir diese Dankbarkeit gegenüber Gott pflegen, dann geben wir ihm frei Hand in unserem Leben zu wirken. Vielleicht sind sie nicht so zufrieden mit ihrer Körperstatur im Moment, aber wenn sie dankbar sind, dann ist es der erste Schritt hin zum Ideal. Und wissen sie, was Glaube ist? Wir glauben an Dinge, die wir noch nicht in der Hand haben. Und die Forscher zeigen uns, dass wenn wir an etwas glauben, wenn wir die Hoffnung haben, dass wir einmal schlanker sein werden, dass der Körper sich dann darauf einstellt und auf dieses Ziel hinarbeitet. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns bequem in den Sessel setzen und viele Kohlenhydrate zu uns nehmen und dann träumen wir von einem schlanken Körper. So einfach ist das nicht. Aber es spielt doch eine Rolle in diesem Gesamtpaket. Und noch etwas zu den Hormonen. Es gibt eine Creme, man kann die kaufen und die hilft dem Körper, den Östrogen-Level runterzufahren. Denn ich habe ja schon gezeigt, dass dieses hohe Östrogen dafür sorgt, dass man leicht zunimmt. Und wie Sie sehen, da gibt es viele Puzzleteile, alles greift ineinander, damit wir am Ende erfolgreich unser Gewicht reduzieren können. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die das illustriert. Henry war Ende 60, als er zu unserem Gesundheitsprogramm kam. Und vier Monate nach dem Gesundheitsprogramm hat er mich wieder besucht. Ich habe ihn gar nicht wiedererkannt, denn er hat innerhalb von vier Monaten 20 Kilogramm verloren. Und ich habe ihm gesagt, Henry, wie hast du das gemacht? und er hat gesagt, ich esse nur zweimal täglich, sechs Stunden auseinander. Er sagt, ich mache einfach alles, was Sie mir gesagt haben. einen Spaghetti-Bowl in der Frühstück mit einem whole-grain-Cereal und viel Früchte. Spaghetti-Bowl. Ich habe zum Frühstück einen großen, tiefen Teller mit Früchten und mit Getreide. Und da mache ich mir dann Kokos-Creme drüber. Ich habe Chia-Samen und Leinsamen und Nüsse. Und ich esse Sauerteig-Dinkelbrot mit Avocado und Tomate. Das ist ein ziemlich gutes Frühstück, oder? Und er sagte, ich esse aber nichts mehr bis zum Mittag. Zwischen den Mahlzeiten trinke ich Wasser. Mittags habe ich dann einen großen Salat. Und dann habe ich einige gedünstete oder gebackene Gemüsesorten. Und dann habe ich so ein proteinreiches Gericht, wie ich es hier bei Ihnen gelernt habe. und ich habe auch in meinem Buch Der Körper heilt sich selbst, hinten dran einige wunderbare, leckere Rezepte. Und dann sagt er, vielleicht schließe ich dann noch mit einer weiteren Brotscheibe ab, mit Dinkelbrot und Avocado und Tomate. Und dann esse ich nichts mehr bis zum Frühstück, sagt er. Und auf diese Weise, mit dieser Ernährung, hat er innerhalb von vier Monaten 20 Kilogramm abgenommen. Ich sagte ihm, was machen Sie denn so an Bewegung? Denn so viel Gewicht hätte er nicht verlieren können ohne Bewegung. Und er stellt fest, ich kann jede Woche konnte ich also einen Block weitergehen. Denn wenn er Gewicht verliert und sein Körper wird stärker, dann kommt er weiter, hat mehr Ausdauer und es ist nicht mehr so anstrengend. dann sagt er, mein Arzt hat meine ganzen Medikamente abgesetzt. Er sagt, ich habe keinen Bluthochdruck mehr, alles normal, alle meine Werte sind normal. Er war ein sehr glücklicher Mann. Er sagte, ich bin jetzt gerade in den Ruhestand gegangen, aber ich fühle mich, als würde ich jetzt am liebsten in die Arbeit zurückgehen. Und übrigens, die Zeit der Pension, das sollte eine sehr glückliche und wunderbare Zeit sein und nicht eine Zeit, die man in Krankheit verbringt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit diesen einfachen Prinzipien man sehr effektiv Gewicht verlieren kann. Meistens bekommen wir so etwa sechs Wochen nach dem Gesundheitsprogramm eine E-Mail und da steht dann drin, zehn Kilogramm verloren. Also nach und nach, während die Muskeln gestärkt werden und man verliert immer mehr Gewicht, dann stellen wir fest, dass die Menschen wieder eine neue Lebensqualität gewinnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute Abend. Morgen Abend wollen wir uns mit chronischen Krankheiten beschäftigen. Und wir werden uns dann innerhalb kurzer Zeit anschauen, gibt es einen Weg, diese Krankheiten zu besiegen. Ich freue mich, Sie morgen Abend wieder begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, Sie heute Abend ich hatte eine neue